Ja, bestimmte Umstände erfordern bestimmte Maßnahmen, deswegen ziehen wir unseren Teil der Pressekonferenz vor. Ich darf unseren Cheftrainer begrüßen, Pellegrino Matarazzo. Rino, ich würde dich und deinen Statement bitten. Schöne Grüße. Gut, natürlich sind wir enttäuscht mit der Niederlage. Ich glaube aber, dass wir unsere Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Bis zum 2-1. Viel ist aufgegangen, was wir auch vorhatten. Wir wollten auch den Gegner kontrollieren, so gut wie möglich in ihrer starken Phasen. Tiefer verteidigen wollten wir. Raum hinter unserer eigenen Kette auch gering halten und auch mit Konterangriffen Gegner wehtun. Um auch im eigenen Ball besitzen. Gewisse Kontrolle durch ein Doppel-Sex und eher drei Stürmer, um die Kette auch zu ziehen, um dahinter zu kommen. Ich glaube, der Plan ist gut aufgegangen. Leider verlieren wir heute mit zwei Standard-Gegentreffern und einem Konter-Tor gegen uns und das tut natürlich auch weh. Aber wie gesagt, bis zum 2-1 bin ich sehr zufrieden. Und danach haben wir natürlich auch die Chance von André, der vom Elfmeterpunkt zentral abschließt. Aber danach hat RB Chancen nacheinander. Und dadurch haben wir verdient verloren. Danke. Guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der BK, dem von RB Leipzig. Ich begrüße auch Marco Rose am Podium und bitte dich, Marco, um dein Fazit zum heutigen Spiel und vielleicht auch zu den Dingen, die danach noch so passiert sind. Ja, wir freuen uns alle über einen verdienten Sieg, denke ich. Über nochmal eine tolle Energieleistung, 23 Torschüsse wieder, gute Statistiken insgesamt mit einem Gegentor, das dazu geführt hat, dass wir nochmal richtig anpacken mussten. Aber wir haben ja Emil und Emil hat heute nochmal in seinem letzten Heimspiel, glaube ich, gezeigt, was in ihm steckt, was er für einen Mehrwert hat, was er für ein Riesenfußballer ist, dass er ein Riesenmensch ist. Das durfte ich auch kennenlernen in den letzten anderthalb Jahren. Und dementsprechend freuen wir uns mit Emil über den Sieg, über seine tolle Verabschiedung hier, über die Story, die man, glaube ich, nicht viel besser schreiben kann, wenn man sie schreiben will. Und gehen jetzt dann in die letzten drei Tage, letzten vier Tage Richtung Bremen, weil es ist ja auch noch nicht vorbei, sondern wir haben noch ein Auswärtsspiel. Aber toller Abend, finde ich, mit dem richtigen Ausgang, der richtigen Kulisse, einfach gepasst. Das war einfach gepasst.